Und wieder seit lange, 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 lange Zeit. Ähm, wieder mal ein YouTube-Video. Wir spielen so lasst mich. Plan nicht mich. Okay. Wir können jetzt ein paar Folgen machen. Ja. Schreibt in die Kommis, was ich noch machen soll. Warte kurz, ich esse gerade Gulasch. Ich muss gerade das auf mit der Semmel. Ja. Schnell. Schneller. Ich möchte euch nicht ewig warten lassen. Und nochmal, sorry, dass ich so lange kein Video mit mir gemacht habe. Es hat nichts mit irgendwas zu tun. Aber naja, okay. Ich habe das Gulasch jetzt aufgedingt. Ich würde sagen, wir holen. Das ist ja Erde. Und Leute, es gibt ein Glitch. da ist es egal, ob ihr hier wollt oder nicht. Hier. Ja. Dann habt ihr das. Dann habt ihr das. Dann geht ihr raus. Dann geht ihr auf hier. Und dann drückt ihr hier. Und schon habt ihr das. Und wann ihr das mit einer Waffe machen wollt, dann müsst ihr so. Dann wieder auf die Waffe. Dann habt ihr schon. Ich finde es mega cool. Ich habe es von einem TikTok herausgefunden. Und ja. Ich würde mal sagen, wir zerstören mal die Erde. Einmal durchlöschern. Okay. Wir sind kaputt. Und dabei gehen wir jetzt mal auf. Aus Menü. Und Leute. Es wird oft, oft einmal. weil man hier auf Deutsch stellt, wieder auf Englisch. Aber hier zeige ich euch, wie ihr das auf Deutsch habt. Wenn wir die Venus zerstören, so lange ist die ganze Sonne. Ich würde sagen, wir machen zuerst mal die Venus kaputt. Dann. Ich muss nur kurz die Umlaufbahn von der Venus rausfinden. Zack. die Venus kommt hier raus. Ja. Ja. Jetzt reicht es mir. Ein Schwarzes Loch trinkomm es. und überlebt es der jupiter von den schwarzen loch ja jetzt aber nicht mehr jetzt mache ich dass er es nicht gewusst hat könnt hier die sonne die schwarze loch packen und jetzt guckt euch das arno weg wie viel planeten haben überlebt saturn hat überlebt und ja eigenschaften was ist das denn das team und discord luchs sorry was ist das? wer klopft die hier? wer klopft die hier am Telefon? sorry Leute oh my god okay okay hi ich bin schwarze loch jetzt nicht mal dort tschüss schießen wir mal den mund auf die dinge meine mission ist es die welt zu zerstören mhm wird der hier durchkommen und frisst es sich durch frisst es sich durch die erde verliert Wehtmaßen und 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 schafft er aus oh er ist kaputt ich packe jetzt mal hier meine lieblingswaffe hin guckt euch das an Leute falls ihr den Glitch noch nicht konntet kennt ihr das? wartet ihr könnt mit dem Laser die Erde zerstören die Sonne zerstören oh nein ok ich würde sagen wir gehen jetzt mal in roblox roblox schreibt mir in die kommis was ich in roblox noch so spielen soll ok ok ich würde sagen wir spielen ein Dinozoo Daikun können wir machen Köln mal machen ok wenn ihr dieses Spiel auch spielen wollte es heißt Dino Daikun gucken wir uns das mal an Ok. Das machst du mal leiser. Ah. Hä? Ah, Dinosaurier zu. Kauf dir... Kauf dir ein Ticket. Oh mein Gott. Ah. Hab ich schon einen Saurier? Aha. Ah. Hier. Warte, wie heißt der? Den Saurier kenn ich nicht. Und jetzt, jetzt. Oh, Dinosaurieraptor. Kaufen. Ich muss kurz warten. Oh, jetzt. Und wer ist denn? Rappdor. Oh, hi. Oh, oh mein. Holy. Was ist das? Oh, cool. Ähm. Ähm. Ja, Kaffee schon mal. Dass ich mehr Leute hab. Okay. Okay. Bei der Jeep Spawner. Ah. Hallo Mama. Oh, ich muss mich alle Badesämmel mit so Brainfutter gegessen. Boah. Die Mama hat gut gekocht und die Omi gefragt. Ja, sicher. Ja, sicher. Oh. Mama, machst du bitte die Tür zu? Machst du bitte die Tür zu bei mir? Leute, ich spiele jetzt mal weiter, da bist du ein unfassbar cool Dinosaurier. Ich mein, nee, ich hab das ja auch cool, aber es gibt schon bessere Sachen. Kaufen, Bank, Pilze, Steine. Oh, ich hab zu wenig Geld für Steine. Naja, okay. Da muss ich ein bisschen kurz warten. Let's go! Oh, Wasser. 150. Dieses Dinosaurier-Spiel ist ein bisschen komisch. Das... Sorry, Leute. Warte. Es geht mal rein. Dinosaurier. 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 Rein in die Bude. Rein in die Bude. Rein da. Sorry, Leute. Bin ein bisschen dumm. Naja. Sollte nichts machen. Oh! Cool. Was? Kann ich hier ein Dinosaurier spielen? Hm? Hä? Den will ich. Oh! Find ich. Wie alt. Kann ich brüllen? Hm. Wie alt. 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 Nachtsicht, warte ich mach das Mobizen kurz weiter weg, weg Mobizen, ja ok, wann ich dann weg fahr, dann beende ich das Video und ich hoffe dann es hat euch gefallen, aber es gibt, ich mach noch nicht aus, Dinosauri, ja ich komme, ich werde euch alle auffressen, oh sind die Pflanzenfresser, oh sind die Pflanzenfresser, ah ich kann ja schreien, freundlich, sitzen, stopp, schlafen, stopp, ok, ich würde sagen, ich sprühe sie mal an, oh oh, 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 Dillie, Fleischfresser, der T-Rex, finish, ich hab jetzt den König der Dinosaurier, warte mal, Gona, was ist das denn, ich muss resmalen, tut mir leid, sorry, ich will sagen, nein, ich finische, komm ich überhaupt aus, Hilfe, ich schlafe in der Luft, was ist das denn, nein, ich möchte raus, ausschalten, weg, select, raus hier, weg, nein, Leute, hm, sie möchte den T-Rex, Leute, hm, sie möchte den T-Rex, Leute, hm, sie möchte den T-Rex, Oh Gott, sehr, ich wolfeieren, ja, sie möchte den T-Rex, aber municipal ist da, ich finde den T ideals und ich möchte, sich pritą, steigen Karten noch A Sora oder Aika? Leute, ich möchte Fleisch fressen. Den möchte ich. Hier. Nimm ihn! Wo? Fugette! Rar! Kann ich... Attackieren? Ja, Leute, ich glaube ich... Ich glaube echt, ich... Ich glaube echt, ich lade mir jetzt ein Dinosaurier spielen. Hier. Hm. Jurassic World, das Spiel. Was hat das Original? Oh! Das ist geil! Bei Angelazarus! Angelazarus! Was ist das? Dino-Square-Tips mit riesigen Giganten! Jig-Jig! Jig-Jig! Buh-Buh! Ich muss kurz ein Spiel löschen. Tschüss! Tschüss! Weg! Rutsch! Rutsch! Dich! Weg damit! Brauche ich nicht! Schmoren! Deinstallieren! Weg mit dem Schmutz! Intro-Maker wurde deinstalliert! Ich glaube, ich wechsle mal auf Facecam! Okay! Facecam! Facecam! Größer! Mach die Facecam größer! Leute! Da macht die Grün! Hier! Warte! So! Okay! Warten wir kurz, bis das Spiel fertig ist. Hier! Mein supergeiles T-Shirt! Ja! Geh rein! Dino-Squad! Nö! Geht aus hier! Dinosaurier-Simulator! Das dich fragt, ob ich Junge oder Mädchen bin! Ich bin ein Junge! Und der, was jetzt noch immer nicht gerafft hat, ist... Ich sag's einfach! Geh rein! Lecker! Ladet! Dino! Guck! Dieses Ding! Das muss ich lauter machen! Ich nehme mal die T-Rex! Hm! Stop! Wir nehmen die! Let's go! Let's go! Let's go! Leute! Dieses Spiel ist mega kacke! Dieses Zobber! Das ist so... Sorry Leute! Aber ich muss das sagen! Äh... Okay! Und wo kann ich mich umschauen? Oh! Oh! Hier ist ein Ankylosauros. Hier ist ein Ankylosauros. Stirbt! Das ist so! Jetzt ist ein Ankylosauros! Jetzt ist ein Ankylosauros. Und wo ist dieien? ich mache jetzt kurz die facecam weg es ist ein klein aber feines schon ein kleines bisschen langes video aber ja was ein geiler bro ist dabei sein netter netter boi ist ja dieses sauber diese bewertung ich muss hier kurz was einschreiben schicken dann was ist das denn will ich aber nicht es ist nicht lustig und ich bin auch lustig da 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 rise of kingdoms download for free rise of kingdoms download for free ich muss mal checken was mein ... du 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 und den genanızde von meinemadore... ... perfekt, dass du den guard ... ... Ball L infant Let's go, Let's go, Let's go , Let's go Ah! Schäd Connor! Komplein! Au! Was ist mit dir los? Komplein! Lass mich da durchgehen! Nein! Das ist echt komisch! Haut den Spit eine! Gibt's da noch kurz? Na? Jetzt kommt ich zum Komplein. Oh! Bist du jetzt fertig? Du störst dich! Kann ich hier machen? Ich nehme euch mal. Ich schneide mich schon langsam an. Ich habe die Schleude. Ich habe die Schleude. Die Schleude. Die Schleude. Die Schleude. Die Schleude. Da bleib ich jetzt. Oltere Kerbe. Jetzt waren wir gleich. Ja. Du hast es, dass du mich ins Bett schubst oder was? Was dir weh ausgetan hat. Nein. Weil es jetzt sauber ist und du wieder umgehst da. Oh! Ich geh. Entschuldigung. Ich wohne da. Na ja. Sind die Balllose? Balllose. Bis sie wein. Bis sie wein. Bis sie wein. Oh! Bis der Nagel was vor mein Finger sagt. Den ich weg. Den ich weg. 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 Ich bin der eine der immer lacht. Weg. Ich muss mal checken was mein Mimi sagt. Kann ich jetzt gehen? Na du kannst jetzt Jako machen. Ja. Warte. So Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe ihr hat es euch gefallen. Es ist ein längeres Video. Vergiss nicht den Abo da zu lassen. Es ist mich sehr sehr freuen. Und haut rein Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal.